Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Julia Enderle, mein Name ist Nico Ewart. Wir beide sind von der Fido GmbH und KUKAG und wir zeigen Ihnen heute, wie wir eigentlich das Thema Rechnungen digital im Unternehmen, also den Rechnungsprozess zu digitalisieren, wie wir das durchlaufen lassen. Wir spielen das mal kurz durch in der Live-Demo. Warum? Ich finde es immer cool und spannend. Genau, wir zeigen gerne live. Entsprechend können wir Ihnen den Workflow in dem Fall zeigen, wie das Ganze in einer fachlichen Freigabe dann ablaufen kann. Viel Spaß beim Video. Wir haben das volle Video unten verlinkt und wir freuen uns immer, Sie beraten zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal.